Ich war jetzt gerade auf dem Jugendkongress Wir und Jetzt und bin hier einmal rumgelaufen und bin total beeindruckt. Ich bin beeindruckt davon, wie viele ganz konkrete Projekte es vor Ort in den Jugendzentren gibt, damit Jugendliche sich wirklich an der Gestaltung ihres Ortes, ihres Dorfes beteiligen können. Ich glaube, dass das total wichtige Dinge sind, die hier von den Jugendzentren gestaltet werden und gemacht werden. Aber man sieht auch, dass sich hier alle eigentlich mit einem Thema beschäftigen. Wie können wir Jugendliche mehr an der Gestaltung ihrer Umwelt beteiligen? Und ich glaube, dazu braucht es mehr. Wir brauchen ein Wahlalter ab 16. Wir brauchen überall in den Kommunen Jugendbeiräte und am besten noch ein Jugendparlament im Saal.